okay das ist natürlich so praktisch keine ahnung was aldrich vor hat das kann jetzt nicht ganz viele unter schlopfen der pedro pann unterschlupf befindet sich in einer alten brennerei in der südwestecke des bayos ok gehen wir warum nach der szene im restaurant würde ich sagen aldrich und gibt sich mit leuten die wissen was sie tun wundert mich nicht der arsch stand schon immer auf freischaffende ich konnte söldnern noch nie was abgewinnen als uns dieses msf battalion letztes jahr den arsch gerettet hat hast du dich aber nicht beschwert ja das war ein paar unangenehme kollegen gut dass die auf unserer seite waren sollten da sind nicht gerade fürs kuscheln bekannt würden dann nicht lange überleben als kajak sind wir niemanden das bei dem und fremd aber in der wagen sind ganz geil die rufe nicht heiße ich habe meine kippen im restaurant vergessen oder du hast ja richtig den stock im arsch such dir mal ein mädel dann wirst du wieder locker kann schon sein aber das einzige was ist mein arsch wirklich entspannt ist eine kugel im kopf dieses dreck schweiz gut dann raus damit wieso bist du so versessen auf den vogel und komm mir nicht mit dieser verräter sau scheiße da mag was dran sein aber hier ist so was anderes du und ich wir haben zusammen eine menge scheiße durchgemacht scheiße von der sonst niemand weiß was wir tun mussten für unser scheiße für gott und vaterland erspar mir die nummer erzählt das dem fußvolk wir teilen viele geheimnisse miteinander linken aber wir haben auch jeder eine menge eigene über die wir einander nie fragen stellen das behalte ich für mich für das erste jedenfalls na gut scheiß drauf aber das ding ist noch nicht gegessen so schön erst mal angucken und rum du bist du stüch wir sind gleich beim unterschlupf scheiße man ist das nicht der unterschlupf von anfang von der ersten ist hier wir sind da wir sind da scheiße er ist normalerweise bewacht aber unter den gegebenen umständen sollte das klappen was sagt denn der grundriss das hauptbüro ist mit einem computer ausgestattet was auch immer aldrich hier sucht es wird sich wahrscheinlich dort befinden aha gott verdammt aha was scheiße das also siehst du was ich mit deinem freund hier gemacht habe ich ja und willst du auch so ein widerspenstiger idiot sein dessen hirn sich auf dem boden verteilt nein gut gehen wir verdammt sie werden jeden einzelnen agenten ja tut gefällt dir das noch mehr von diesen wichsern ja er hat mich getroffen ja ich glaube er hat keine munition mehr vielleicht im nächsten leben arschloch fangen sie ich glaube ich habe ein stück von ihm im haar ja äh knette meine ich ganz leise er war hier und geht und findet ihr das wird verflucht auch mal lächerlich wei gott sei dank meine fresse du bist wirklich gründlich hallo in ordnung alles klar nein im 16a ist auch nicht schlecht war das eine poststelle dahinten postüberwachungsstelle wir lesen sämtliche post die ins land kommt oder es verlässt wie sonst sollten wir all diese kombi sympathisanten im auge behalten du kannst dich da drüben wieder zusammenflecken hallo so so ich werde ja nichts sagen aber das war schon zu gegen Ich bin ja maßens skillig, so ein Quattro-Kill. Das waren erstmal alle. Ja doch. Alles klar, was ist das hier? Okay und ein Code. Äh, 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 äh. Äh. 10, 92, 4, 4. Was hast du gemacht? Was? Ich? Gar nichts, man. Zero, Zero. Wiedersehen. Auf Wiedersehen? Was zum Teufel soll das heißen? Wir sollten uns besser beeilen. Komm weiter. Fand ihn lustig. Und der LKW ist hier voll cool. Ich habe ihn im Visier. Aufgefangen hier. Neue Ziellinke. Nicht kontaktiviert. In den Kopf runter. In den Ass hier weg. Wer ist töter als tot? Ja, viel wirst du bezahlen. Ja man, töter als tot. Alter, klingt ja wie Bruce Willis. Ich geh in Deckung. Die nehmen. Die nehmen. Scheiße, Linken, pass auf deinen Arsch auf. Gut in der Hand. Zu weh. Die Position. Harte Feuerbewegung. In den Kopf runter. Von der Seite angreifen. Schiff mir diesen Hundeficker vom Hals. Danke für die Hilfe. Danke für die Hilfe. Ihre Kumpel sind untergetaucht. Alter, macht doch Platz. Jetzt hab ich voll auf mein Mauspid gesammert. Hoch.